Erwin Friedrich Max Pisketer gehörig 30. März 1966 in Starnberg war ein deutscher Theaterintendant, Regisseur und Theaterpädagoge. Pisketer war ein einflussreicher Avantgardist der Weimarer Republik, der das Theater unter Ausweitung der bühnentechnischen Möglichkeiten zum politischen Tribunal umfunktionierte. Mithilfe komplexer Arrangements von Filmdokumenten, Bildprojektionen, laufenden Bänden und Fahrstühlen kommentierte er das theatrale Geschehen und erweiterte die Bühne zum epischen Panorama. Das an den Pisketerbühnen der Weimarer Republik entwickelte politische Theater erzielte breite Resonanz. Veranlasste die Zeitgenossen jedoch angesichts der Abgrenzung des Regisseurs von einer Bühnenästhetik des Rheinkunstschönen zu sehr. Widersprüchlichen Einschätzungen Pisketers Inszenierungen wirkten auch auf die Theatertheorie Berthold Brechts ein, der mit seinem epischen Theateranleihen bei Pisketer machte. Nach langjähriger Emich-Ration in der Sowjetunion, Frankreich und den Vereinigten Staaten traf Pisketer in den 1950er und 1960er Jahren in der Bundesrepublik erneut den Nerven der Zeit mit. Inszenierungen von Gegenwartsstücken zur NS-Vergangenheit Damit leitete er eine Phase des Gedächtnis- und Dokumentartheaters ein, die auf breiter Ebene zu gesellschaftlichen Debatten um Fragen der Geschichtspolitik führte, Leben, Jugend und Erster Weltkrieg. Pisketer entstammte einer kalvinistischen Kaufmannsfamilie aus Mittelhessen. Seine Eltern Karl Pisketer und Antoni Carolina Katharina Pisketer ab 1899 in Marburg ansässig waren Mitinhaber einer Textilmanufaktur. Zu seinen Vorfahren zählte Erwin Pisketer, den Theologen und Bibelübersetzer Johannes Pisketer, der um 1600 seinen Familiennamen für scharlatinisiert hatte. Das Erlebnis eines Gastspiels des Gießener Stadttheaters in Marburg ließ den jungen Pisketer den Entschluss fassen, anstatt der ihm vorbestimmten kaufmännischen Laufbahn den Einstieg in das Theaterfach zu suchen. Nach dem Schulbesuch am Gymnasium Philippinum und an der städtischen Oberrealschule in Marburg absolvierte Pisketer ab Herbst 1913 bei der Theaterschule Otto König in München eine Schauspielausbildung. Nach einem Wechsel der Schauspielschule attestierte Pisketers neuer Lehrer Karl Graumann dem jungen Schauspielschüler eine starke Begabung. Zugleich belegte Pisketer Lehrveranstaltungen in Kunstgeschichte, Philosophie und Germanistik an der Universität München. Unter anderem bei Arthur Kutscher, einem der Begründer der Theaterwissenschaft. In der Spielzeit 1914-15. volontierte Pisketer auch am Königlichen Hof und Nationaltheater. Einer ästhetisch ganz der Tradition des 19. Jahrhunderts verbundenen Bühne. Den Ersten Weltkrieg erlebte Pisketer unter anderem in den Stellungskämpfen in Westfländern. Im Frühjahr 1915 wurde er als Landsturmpflichtiger einer Infanterieeinheit an der Üpernfront zugeteilt und erlitt nach wenigen Monaten schwere Verwundungen. Die Kriegserfahrung prägte die pazifistische und sozialistische Überzeugung Pisketers, der damals auch nicht im geringsten den Atem dieser großen Zeit verspürte. Von Pisketers antimilitaristischer Haltung zeugen die verstörenden Gedichte, die er während der Kriegsjahre in Franz Pfemferts literarischer und politischer Wochenschrift die Aktion veröffentlichte. Ab Herbst 1917 beteiligte Pisketer sich an einem Fronttheater, das ein Repertoire populärer Unterhaltungsstücke zeigte und dessen Spielleitung ihm nach einem halben Jahr übertragen wurde. Frühe Theaterarbeit und Volksbühnenzeit nach Kriegsende setzte Pisketer seine Studien an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin fort und schloss sich der Berliner Gruppe des Dadaismus um die Maler und Grafiker George Groß und John Hartfield an. Nach der November-Revolution trat er in die KPD ein. Ein erstes eigenes Theaterprojekt in Königsberg, bei dem Pisketer lauter vergessene alte Übungen des Theaters neu belebte. Darunter die Verwandlung auf offene Szene und der sichtbar gelassene Schnürboden scheiterte nach wenigen Monaten. In Königsberg lernte Pisketer seine erste Frau kennen, die sechs Jahre jüngere oberschlesische Schauspielerin Hildegard Jurczyk, die am neuen Schauspielhaus auftrat. Erwin Pisketer und Hildegard Jurczyk heirateten im Oktober 1919. Nach dem Scheitern seiner ersten eigenen Bühne in Königsberg ging Pisketer erneut nach Berlin und gründete dort im Herbst 1920 DK Sekunden Politarische Theater. Bei einer Inszenierung von Alfons Parkets Schauspielfahnen an der Volksbühne Berlin nutzte Pisketer im Mai 1924 ausgiebig Projektionen und Zwischentitel auf Leinwänden und nahm damit wie schon bei früheren Inszenierungen zentrale Stilmittel des epischen Theaters vorweg. Parket hatte sein Stück zudem nicht gattungskonform als dramatischen Roman bezeichnet. In Zusammenhang mit dieser Pisketer-Inszenierung kommentierte Alfred Döblin im Leipziger Tageblatt, der Urheber des Stücks sei episch, nicht lyrisch entflammt und die von Parket geprägte Form des Romandramas könne wieder zum Mutterboden des Dramas werden. In der wenige Jahre später aufkommenden Debatte um die Urheberschaft am Begriff und der Methodik des epischen Theaters spielten die Beobachtungen Döblins von 1924 eine wichtige Rolle. Im Anschluss an die erfolgreiche Fahnenproduktion wurde Pisketer 1924 als Oberspielleiterfest an die Volksbühne am Büloplatz verpflichtet. Die Volksbühne Berlin war eine Mitgliederstärkebesucherorganisation, deren Anspruch darin bestand. Der Berliner Arbeiter schafft unter dem Leitgedanken, die Kunst dem Volker, Zugang zum bürgerlichen Bildungsgut zu verschaffen. Die erklärte Absicht des erst kurze Zeit in sein Amt eingeführten Volksbühnenintendanten und Pisketer-Entdeckers Fritz Holwar, der jungen Dramatik, die die Bewegungen der Zeit reflektierte, den Weg zu bereiten. Neben seiner neuen Funktion als Oberspielleiter an der Volksbühne setzte Pisketer Satireabende, Sprechchorwerke und politische Revüen im Auftrag der KPD in Szene, in denen er erstmals den Einsatz filmischer Mittel erprobte. Erhebliches Aufsehen erregte eine Gastinszenierung, die Pisketer 1926 am Preußischen Staatstheater unter der Intendanz Leopold Jessners ausführte. Friedrich Schillers Schauspiel Die Räuber Gegen die seit der März-Revolution 1848 auf deutschen Bühnen verstärkt gepflegte pathetische Überhöhung von Schillers Dichtung setzte Pisketer eine radikale Überprüfung und Aktualisierung seiner Vorlage. Vor einer simultanen Etagenbühne wurde in ineinander verschränkten Sequenzen der bandeninterne Gegenspieler des Grafensunds Karl Mohr. Moritz Spiegelberg in Trotzki-Maske als ein Verstandesrevolutionär bolschewistischer Prägung in Szene gesetzt. Der Schillersche Bösewicht Spiegelberg avancierte zum Helden, der sich nicht von persönlichen Gefühlen oder Ehrgeiz verführen lässt. Obwohl verschiedene Klassiker-Inszenierungen der Weimarer Republik wie Erich Ziegels Hamburger Räuber-Inszenierung von 1921 mit aktualisierenden Elementen wie zeitgenössisch kostümierten und militärisch organisierten Räubern aufgewartet hatten, übertraf das Echo auf die rasante Pisketer-Produktion vorhergegangene Kontroversen deutlich sowohl an Schärfe als auch in der Widersprüchlichkeit der Einschätzungen. Während der österreichische Publizist und Satiriker Karl Krauss Schillers Dramatik fortan generell ironisch als Pisketer-Dramen apostrophieren wollte, war die Debatte in den deutschen Feuilltos durch Zuspitzungen und suggestive Begrifflichkeiten wie Klassikerschlaf oder Klassikertut geprägt. 1927 kam es nach einem durch die Inflation bedingten Mitgliederrückgang an der Volksbühne und aufgrund von Befürchtungen seitens des Volksbühnenvorstands, dass Pisketers wirken die überparteiliche Ausrichtung der Besucherorganisation Gefährde zum Zerwürfnis. Ausschlag für den Eklag gab eine aktuelle Bezüge auslotende Inszenierung von EHM-Welks-Dramagewitter über Gottland, in der der bekannte Schauspieler Heinrich Schorz den Klaus Stürte-Becker spielte. Der Vorstand warf Pisketer vor, das Stück einer tendenziös-politischen Umdeutung und einer provozierenden Darstellung sozialer Revolution unterzogen zu haben. Die Pisketer-Bühnen Nach diesem Ikla eröffnete Pisketer 1927 sein eigenes Theater, die Pisketer-Bühne, in einem 1100 Plätze fassenden Theatergebäude am Neuendorfplatz. In seinem Antrag auf die Bühnenkonzession hatte er als personelle Ausstattung eine Gruppe von 16 Einzeldarstellern, einst Dramatigen, acht technischen und fünf kaufmännischen Angestellten, geltend gemacht. Für die Finanzierung des Unterfangens hatte Pisketer den Berliner großindustriellen Ludwig Katzen Ellenbogen gewinnen können. Pisketers Inszenierungen von zeitgenössischen Stücken und Romanbearbeitungen wie Ernst Tollers Hoppla, »Wir leben« oder die Abenteuer des braven Soldaten Schweig nach Jaroslav Hasek beeindruckten das Publikum durch ihren aufwendigen, an konstruktivistischen Prinzipien geschulten Bühnenapparat. Sie begründeten Pisketers Ruf als beispielloser Bühnenästhetischer Innovator und trugen ihm eine Würdigung als einzigemfähigen Dramatiker außer »Mir« durch Berthold Brecht ein. Schon Pisketers erste Regiearbeit an seiner eigenen Bühne Ernst Tollers Hoppla, »Wir leben«, über einen ehemaligen Revolutionärer von 1918, der nach seiner Entlassung aus achtjähriger Festungsscheft an der pragmatisch gewandelten Haltung ehemaliger Mitstreiter zerbricht, zeigte 1927 Pisketers virtuose Ausgestaltung der Bühnenhandlung durch komplexe Medienarrangemas. Zu den Film-, Ton- und Bühnenbildeffekten der Inszenierung zählten eine vierstöckige Bühne für die zahlreichen kurzen Szenen in den Büros der Ministerien oder den verschiedenen Hotelzimmern des dritten Aktes. Filmische Zwischenszenen oder Illustrationen wurden auf eine Leinwand in der Bühnenmitte projiziert. Der erste Akt begann mit einem Dokumentarfilm über die weltgeschichtlichen Ereignisse der Jahre, die die Hauptfigur im Gefängnis verbringen musste. Ein Titelsang von Walter Mehring in der Vertonung von Edmund Meisel kommentierte die Stückhandlung ironisch. Der Theaterkritiker Herbert E. Hering urteilte, eine phänomenale technische Fantasie hat Wunder geschaffen. Die Nutzung komplexer bühnentechnischer Elemente wie Film- und Bildprojektionen laufenden Bändern. Metallkonstruktionen oder Fahrstühlen geschah dabei Pisketer zufolge in dramaturgischer, nicht illusionistischer Absicht. Pisketers gewagte Bearbeitungen und seine bühnentechnischen Mittel sollten politische und ökonomische Analysen im Sinne des proklamierten Partei- ergreifenden, politischen Theatersstützen. Dem umfangreichen dramaturgischen Kollektiv der Pisketer-Bühne gehörten zeitweilig Berthold Brecht, Egon Erwin-Kisch, Leo Lainier, Mosche-Liefs-Hits, Heinrich Mann, Walter Mehring und Erich Mühsam an. Als Bühnenbildner wirkten an der Pisketer-Bühne George Groß, John Hartfield und Laszlo Moholinergy. Als Filmproduzenten und Monteure Kurt Oertel und Sven Noldan sowie als Musiker Edmund Meisel und Franz Osborn. Hans Eisler verfasste seine erste Bühnenmusik 1928 für Pisketer. Viele bekannte Schauspieler traten an der Pisketer-Bühne auf. Sibylle Binder, Tiller Durieux, Ernst Deutsch, Paul Gretz, Alexander Granach, Max Pallenberg, Paul Wegener, Hans Heinrich von Wodowski und andere. Angesichts der außerordentlich aufwendigen und kostspieligen Inszenierungen erzwang jedoch schon 1928 ein Konkursantrag der Berliner Steuerbehörde. Die vorübergehende Schließung der Pisketer-Bühne. Zwei Wiedereröffnungen in den beiden Folgejahren führten nicht zu der erhofften dauerhaften Konsolidierung. Im Jahr der Weltwirtschaftskrise 1929 erschien Pisketers programmatische Schrift Das politische Theater, die anschaulich die bedeutenderen Inszenierungen des Theaterleiters Revue passieren ließ und seine Auffassung vom Theater als maßgeblichem Mittel in dem einsetzenden Prozess der geistigen Revolutionierung entfaltete. Als erste von zahlreichen Übersetzungen erschienen 1930 eine Übertragung ins Spanische und 1931 ins Japanische. Auslandsprojekte, Immigration und Rückkehr nach Liquiditätsproblemen ging Pisketer 1931 in die Sowjetunion und produzierte dort unter anderem in der arktischen Hafenstadt Mörmensk und an der ukrainischen Schwarzmeerküste bei Odessa seinen einzigen Spiel- und Tonfilm Der Aufstand der Fischer nach einer Novelle von Anna Segers. Der Film behandelt den Widerstand streikender Matrosen gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen auf den Schiffen des Räders Bredel. Zu den Schlüsselszenen des Films zählt die Beerdigung des vom herbeigeeilten Militär getöteten Streikführers Kedenek, die in ein Fiasko mündet. Die Beisetzung Kedeneks wird zum Fanal und ein Aufstand der Küstenfischer der gesamten Region hebt an. Für Aufsehen sorgte Pisketer dadurch, dass er eine bewegte Kamera einsetzte, was von Sergei Eisenstein kritisiert und abgelehnt wurde. Während einer Theaterkonferenz 1935 in Moskau, die von Pisketer als Vorsitzenden eines internationalen Theaterbundes geleitet wurde, übermittelte ihm der britische Theaterreformer Edward Gordon Craig im Hotel Metropol Avasson von Propagandaminister Goebbels, nach Berlin zurückzukehren und dort seine Arbeit wieder aufzunehmen. 1936 emigrierte der vom Erleben des Stalinismus ernüchterte Regisseur nach Denunziationen als Trotzkist und einem offenbar fremdenfeindlich motivierten Übergriff aus der Sowjetunion nach Frankreich. Nach Beginn des Spanischen Bürgerkriegs rief er 1936 auf Einladung der demokratisch gewählten republikanischen Regierung in Katalonien zur Verteidigung der Demokratie und zum Kampf gegen die Putschisten auf. Unter Verweis auf seine Erfahrungen als Leiter eines Fronttheaters während des Ersten Weltkriegs forderte er, als Beitrag der Künste zur Verteidigung der demokratischen Kultur in Katalonien und Spanien, Werke der kleinen Form an die Front bringen sowie satirische Gruppen spielen zu lassen. Pisketer selbst führte vor Ort jedoch keine eigenen Produktionen aus. Während der entbehrungsreichen Immigrationsjahre kam es zu einer weiteren wichtigen Begegnung, die 1937 zu einer zweiten Heirat führte. Pisketers erste Ehe mit der Schauspielerin Hildegard Jurczyk, die seit 1919 bestanden hatte, war um 1930 in Berlin einvernehmlich aufgelöst worden. In Salzburg hatte Pisketer aus der Sowjetunion kommend bei Max Reinhardt die gebildete und wohlhabende Tänzerin Maria Leih kennengelernt. Leih hatte 1934 an der Sorbonne eine Dissertation über Victor Hugo verfasst. Erst vor kurzer Zeit hatte sie ihren Garten Franz Deutsch verloren, Sohn eines der Direktoren der Berliner AEG. Und nun wollten sie und Pisketer heiraten, Brecht sollte einer der Trauzeugen sein. Von Anfang 1937, als er zu ihr in das Haus in Neuli zog. Bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1951 war sie Pisketer bei all seinen Unternehmungen ein getreuer Partner. Anführungszeichen. In Frankreich entwickelte Pisketer 1938 eine aufwendige Bühnenbearbeitung von Lev Nikolaevich Tolstois historischem Roman Krieg und Frieden, die er mit Unterstützung des US-Theater-Produzenten Gilbert Miller im Londoner Westend und am New Yorker Broadway unterzubringen hoffte. Nach seiner Emigration in die Vereinigten Staaten einige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs zerschlugen sich diese Pläne. Stattdessen wurde Pisketer zwischen 1940 und 1951 zum Gründer und Leiter einer Schauspielschule, dem Dramatic Workshop an der New School for Social Research in New York. Die New School verschaffte zahlreichen prominenten Flüchtlingen aus Europa während des Zweiten Weltkriegs eine Beschäftigungsmöglichkeit. 1947-48 war am Dramatic Workshop mit annähernd tausend Studenten und Studentinnen, von denen etwa ein Drittel ganztägig Kurse belegte, die Grenze der Auslastung erreicht. Zu den Mitarbeitern des Workshops gehörten unter anderem Stella Adler, Herbert Berghof, Lee Strasberg, Kurt Pintus, Hans-Josef Refisch, Karl Zuckmeier, Hans Eisler, Erich Leinsdorf und Jascha Horenstein. Zu Pisketers US-Studenten am Workshop zählten Beatrice Arthur, Harry Belafonte, Marlon Brando, Toni Curtis, Jack Garfine, Judith Malina, Walter Matthau, Rod Steiger, Elaine Stritsch sowie der Dramatiker Tennessee Williams. Im Anschluss an umfangreiche Voruntersuchungen des FBI zu einem Deportationsverfahren gegen Pisketer erhielt der Immigrant auf dem Höhepunkt der McCarthy-Ära 1951 eine Vorladung durch das Komitee für unamerikanische Aktivitäten. Unter dem Eindruck aggressiver Presseberichte, die den Dramatic Workshop als Organisation kommunistischer Fellow-Travelers diffamiert hatten, und der Vorladung durch das Komitee kehrte Pisketer unvermittelt nach Deutschland zurück. Nach über 20-jähriger Abwesenheit aus Deutschland war er zunächst gezwungen, als Gastregisseur an zahlreichen Bühnen in der Bundesrepublik und im westeuropäischen Ausland zu inszenieren. Pläne zur Gründung einer Theaterakademie im Zusammenwirken mit dem Rektor der Universität Frankfurt, Max Horkheimer, verliefen 1953 erfolglos. Einen ersten Schritt zu einem Comeback bildete 1955 die Annahme von Pisketers Bühnenfassung von Lev Tolstois Krieg und Frieden am Schiller Theater in West-Berlin. Einer Inszenierung mit einem beispiellosen Publikumserfolg, jedoch mit einem vernichtenden Pressee-Echo. In den 50er Jahren erhielt Pisketer mehrere Irrungen, darunter 1953 die Goethe-Plakette des Landes Hessen. Anlässlich seines 65. Geburtstags wurde ihm ein 1958 DK Sekunden große Bundesverdienstkreuz verliehen. Intendanz an der Freien Volksbühne 1962 kam Pisketer als Intendant an die Freie Volksbühne in West-Berlin, die er als Nachfolger von Günter Skopnik bis zu seinem Tod leitete. 1963 fand deren Umzug vom Theater am Kurfürstendamm, das bis dahin als Spielstätte genutzt worden war, in das eigene Theater der Freien Volksbühne statt. Pisketers zentrales Anliegen bei seinen späten Inszenierungen war die Auseinandersetzung mit dem allgemeine Vergessenwollen und der defizitären deutschen Erinnerungskultur in Anbetracht des Holocaust. Diese Spielplanausrichtung fand wirksam ihren Niederschlag in seinen Inszenierungen der Uraufführungen von Rolf Hocherts christlichem Trauerspiel. Der Stellvertreter und Peter Weiß minimalistischem Theaterstück zum Auschwitz-Prozess die Ermittlung. Mit stark voneinander abweichenden dokumentarischen Ansätzen warfen beide Theatertexte die politisch-moralische Frage nach Verantwortung, Schuld und Unrechtsbewusstsein des Individuums in der Diktatur auf und führten deutschlandweit und international zu weit gefächerten geschichtspolitischen Auseinandersetzungen. Schon Pisketers dritte Regiearbeit an der Freien Volksbühne, Rolf Hocherts, der Stellvertreter, wurde zu einem aufsehenerregenden Bühnenereignis. Der Theaterkritiker Henning Rischbieter resümierte, der Stellvertreter zeige die Fähigkeit des Theaters, direkte politische Wirkungen zu zeitigen. Allen ästhetischen Einwänden entgegen hat es durch seine Fragestellung und die leidenschaftliche Anklage, die der Autor durch seine Hauptfigur ausspricht, eine erregte Diskussion ausgelöst. Die Reformbewegung innerhalb der katholischen Kirche beeinflusst und die Zeitgeschichtsschreibung zur Auseinandersetzung mit einem vorher wenig beachteten, ja tabuisierten Thema genötigt. Wie hat sich die katholische Kirche und ihr damaliges Oberhaupt, Papst Pius XII., zum nationalsozialistischen Massenmord an den europäischen Juden verhalten? Zwischen dem Erstkontakt mit dem Text, der Pisketer im Frühjahr 1962 vorlag und der Inszenierung verstrich ein ganzes Jahr. Pisketers sorgfältig und von langer Hand vorbereitete Inszenierung führte dazu, dass der befürchtete Skandal, zumindest in Berlin, ausblieb. International provozierte der Stellvertreter dennoch leidenschaftliche publizistische Auseinandersetzungen, öffentliche Massendemonstrationen, parlamentarische Debatten, außenpolitische Verstimmungen und diplomatische Interventionen. Anführungszeichen Der Regisseur der Berliner Uraufführung hatte den Stücktext um die Hälfte gekürzt. Die Anzahl der Akteure auf die Hälfte reduziert und die Handlungsstränge des thematisch vielschichtigen Werksgans auf Papst Pius XII. und sein Verhalten in Bezug auf den Holocaust konzentriert. Die Berliner Kommentatoren lobten das Schauspiel als eines der bedeutendsten und erregendsten Ereignisse des deutschsprachigen Theaters der letzten Jahre. Für die Uraufführung des Auschwitz-Oratoriums Die Ermittlung von Peter Weiss vereinbarte Pisketer für den 19. Oktober 1965 mit dem Surkamp Theater Verlag eine Ringuraufführung, an der sich 14 West- und Ostdeutsche Theater sowie die Royal Shakespeare Company in London beteiligten. Das Stück thematisierte den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965 mit den Mitteln des dokumentarischen Theaters. In der West-Berliner Inszenierung, die im Fokus der bundesweiten Aufmerksamkeit stand und für die der italienische Komponist Luigi Nonno eine Bühnenmusik geschaffen hatte, ließ Pisketer die Zuschauer aus der Perspektive der Überlebenden auf das Prozessgeschehen und auf die Angeklagten blicken. Im Anschluss an die Ringuraufführung fand das Stück in den Jahren 1965 bis 1967 zunächst Eingang in die Spielpläne von Theatern in Amsterdam, Moskau, New York, Prag, Stockholm und Warschau. Mit seiner letzten Inszenierung konnte Pisketer nicht an die Uraufführungserfolge der vorangegangenen Jahre anknüpfen. Der Aufstand der Offiziere nach einem Roman von Hans-Helmut Kirst wurde am 2. März 1966 uraufgeführt. Doch der Autor hatte sein Material dramaturgisch nicht bewältigt. Die Schauspieler Ernst Deutsch und Wolfgang Neuss waren schon vorzeitig aus der Probenarbeit ausgestiegen. Und auch die Presse reagierte vernichtend. Pisketer war noch während der Proben erkrankt und fuhr anschließend zur Erholung in ein Sanatorium am Starnberger See. Nach einer Notoperation an seiner entzündlich veränderten Gallenblase starb Pisketer am 30. März 1966 in Starnberg. Pisketers Ehrengrab befindet sich auf dem Waldfriedhof Zehlendorf in der Abt XXW 688-690.